Jetzt kannst du mich einladen, jetzt kannst du losgehen, hier, Open Beta, Overwatch. Ach, du streamst doch wahrscheinlich, wa? Ja. Oh, nee. Natürlich. Erstmal reinkommen hier. Overwatch kaufen und noch nicht. Wo hast du beigetreten? Kann man das irgendwie... Hör ich dich jetzt hier über das Spiel auch, oder was? Keine Ahnung, hab das eh noch nie gemacht. Können wir sehen. So, kurze Einweisung. Du läufst mit WASD. Super. Wichtig ist, nicht jeder Charakter kann sprinten. Den Charakter, den du dann gleich nehmen wirst, weil das ist ein ziemlich cooler Anfangscharakter, heißt Soldier 76, der kann, wenn du Shift drückst, sprinten, so wie du es von Battlefield kennst, der kann normal schießen mit der linken Maustaste, mit der rechten Maustaste schießt er ein paar Granaten ab, die halt da, wo sie aufkommen, direkt explodieren. Der schießt die gerade, also ohne irgendwie so einen ballistischen Flug, sondern einfach nur zack, gerade. Mach ein bisschen Splash Damage. Und ansonsten kannst du, wenn deine Anzeige in der Mitte, das wirst du sehen, wenn du spielst, gefüllt ist, kannst du mit Q eine Spezialfähigkeit machen und deine Spezialfähigkeit wird es sein, dass du dann nicht mehr richtig auf den Gegner zielen musst, sondern er quasi automatisch zielt. Das heißt, du kannst selbst ein bisschen daneben schießen, du triffst den Gegner mal voll. Und auf E kannst du so einen Heil-Dings legen, das ist aber halt vom Radius ziemlich eingegrenzt. Alles klar. So, also nimm einfach den Soldier, der ist unten links, der heißt Soldier. Ja, der ist bei mir schon einfach so drin, anscheinend. Achso, warte mal, Play. Ja, kann sein. Quick Game, läuft's bei dir? Ja, ja. Okay, aber dann funktioniert das ja. Ja, geil. So. Wartest du kurz ab? Abwarten. Abwarten. Naja, du wirst immer todkrank. Und Sonnenbrand hast du auch noch, dass du überhaupt lebst, das ist ein Wunder. Ja. Sonnenbrand ist geil. Schnupfen nicht. So, siehst du jetzt ganz unten links den Soldier, nimm den mal rein. Gut, nimm den mal. Ja. Hab ich den jetzt schon genommen? Ja. Ja, jetzt sagst du Select. Okay, nimm ich den. Genau. Weil mit den kannst du, glaube ich, ganz gut um. Alle anderen sind am Anfang, keine Ahnung. Ich hab halt auch noch nicht ganz zu viele durch, aber... Ja, aber die Leute, die jetzt hier mitspielen, sind auch als Anfänger. Du hast ja schon Level 6. Kann ich dich auch irgendwie angucken, oder so? Schon Level 6. So siehst du das jetzt? F1, gedrückt halten. Heldendetails. Aha, aha, taktisches Visier richtet die Waffe, Automatsch auf Ziel, um Sichtfeld, sprinten, erhöht die Laufgeschwindigkeit, biotisches Feld, bezieht ihr... Oh, ja, oh wow. Oh, ja, oh wow. Ist ja... Achso, wie geht's los? Und mein Charakter hier? Oh, okay. Hi, hier, siehst du mein Charakter hier? Hallo? Aha. Mit, ich kann nicht sprinten, deswegen renn wir nicht weg. Mit Shift schmeißt du dir so ein Heel zu, damit heile ich dich. Okay. Mit E kann ich den Gegner markieren, und damit kriegt er dann wesentlich mehr Schaden. Und das ist eigentlich alles, was du wissen musst von mir. Okay. Okay. Oh, der ist weg. Oh, jawohl. Der sieht doch nicht. Was ist los, du? Angreifen, lassen wir ihn kaputt machen hier, oder den Schreiner? Okay, Raser-Dings, irgendwas. Was müssen wir hier machen? Ich hab's schon zerrissen, mein Held stirbt sehr schnell. Ich hab's schon zerrissen. Man nennt mich McCarrie. Oh, jetzt war ich die Klick-Camp an. Ja, er cheatet, hab ich genau gewusst. Ich hab's auch schon cheater in dem Spiel. Weil eigentlich kann ich gar nicht verlieren. Das weiß ich noch nicht so, genau. Komm her, ich bin nicht mit, doch. Ach, das ist mir nicht hier gerade. Hä? Oh, ich muss nahe Kampf, scheiße. Was ist ein Nahkampf? G oder F? V. V, okay. Fuck. Aha, aha. Das letzte Wort hat er gehabt. Alles klar. Doing, 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 doing. Wie steht's? Wie geht's? Weiß noch nicht. Aber jetzt gehört Q. Ich kann keine Ahnung, was mit Q machen. Cool ist deine Ulti. Jetzt triffst du quasi alles automatisch, was in diesem Feld ist. Ist nett. Ja, doch, läuft ja. Boah, das sind ein paar mehr. Fuck. Aber sonst läuft es ja ganz gut, würde ich mal sagen. Oh, ich war gerade bei dir zu gucken. Noch ist die Mission nicht vorbei. Da steht was. L, E. E ist E. E damit legst du so ein Teil auf den Boden. Oh, da kommt ein Roboter. Ja, das ist eine Tankklasse, siehst du? Ich kann hier noch... 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 Ja, nice. Helden sterben. Helden sterben, Mensch. Hier schon wieder einer. Ja. Erste Runde. Ja. Das wird eigentlich gewonnen haben, oder was? Ja, ja, das ist doch riesig. Oh, hab ich die Frames zwar angeschickt. Ich kann Temperatur 71 und so... Okay, ja. Bin ich zufrieden mit. Beste Mann. Welchen Rang habe ich jetzt gerade? Also, woher sieht man das? Verstand. Elbierung. Elf. Zielfortschrittkills. Äh... Okay, okay, okay. Wie viele Runden sind das, dass da oben steht? Ja. Zwei Siege. Gut, alles klar. Wer ist das, Reinhard? Hä? Ist Reinhard hier, oder? Ja. Wo wenig spielt jetzt jetzt Reinhard? Ach. Scheiße. Also einfach Capture the... ...Pointer, oder was? Genau, wieder. Wenn du zum Point gehst und dich da hinstellst, dann läuft unsere Prozente rumhoch. Und wenn wir dann 100% haben, dann haben wir den Punkt für uns gesichert, dann haben die Runde für uns entschieden. Ach, das ist Health. Das ist ja auf den Boden schmeiße hier. Heilung. Oh! Habe ich noch erwischt, ja. Easy. Scheiße, ich hatte kein E mehr bereits. Fuck. Ich habe da auch ein E gedrückt. Mist. 0% bei jedem? Okay. Ich hatte meinen Time Reverse nicht mehr. Shit. Du eine Scheiße, dude. Zack, weggebobens. Ich nehme das mal ein hier. Ganz easy. Halt's auf den Boden. Da kommt der Reinhard. Schild hat Reinhard. Reinhard hat ein Schild. Das ist Reinhard Schild. So, eingenommen? Ja. Von draußen kommen die alle mal drauf. Autsch. Oh, da stehen sie alle. Überlegen, 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 überlegen. Äh, überlegen, 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 überlegen. Autsch. Scheiße, ich keine Granaten habe, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, aber dafür hast du deinen rechten Maupfass-Fan. Oh, ist noch jemand Feilung? Oh, heftig, Mann. Ja, stimmt. Ich habe ganz eben noch ein Weckerfeuer da. Easy. Ja. Eine Feilung gibt es auch Punkte. Oh, shit. Da hängen da echt alle auf der Brücke rum, ne? Da müssen wir ja ein bisschen randlödeln. Wer ist da? Scheiße, ich nehme ein. Nein. Toll. Nicht gut. Irgendwie ist der. Wer ist vorbei gerannt hier, oder was? Jo. Fuff, fuff. Hehehe. Alter. Oh, ist immer einer. Der ist, der ist ein Affe. Woa, der ist... Woa, der ist... Ja, ich habe Fuff. Der ist gar nicht viel tanky. Den kriegst du so schnell nicht kaputt. Ja. Der ist gerade gegrillt. Ich wollte eigentlich gerade einen A-Kampf machen noch, aber ich habe den doch nicht gefunden. Hehehe. Schneller. Die haben schon 27% da. Nicht gut. Ja. Das ist nicht die Dreckskarte. Ja, das Cooding ist echt gut, ey. Die Spezialattacke. Ja. Boah, was war das? Von hinten, oder was? Oh, Mann. Ja, Pfeil und Bogen abgekriegt. Na, so. Hat der ein Glück gehabt. Ich probiere mal ein paar Tankklassen aus. Ich kann die selber noch mal... Verdammt. Holt gar nicht. Aaaaah! Aaaaah, Mann! Was hast du denn vorhin? Da hinten auch irgendwo der Afer rum. Das war ein richtig knappes Ding, du. Oh! Die haben wir weggeschossen. Alle unsere Rollen schieben. Boah, Pfeilbogen, Mann! Oh, dieser Pfeil- und Bogen-Wuckel da, ne? Der campt immer hinten und schießt die Pfeile immer nur in die Richtung, ey. Sack. Guck ich mir gar nicht alles an. Äh, wegfliegen kannst du es leider nicht. Doch. Nöööö. Healcam? Klar. Ja? Ja. Verlängerung. Ich bin schon wieder tot. Overtime? Was soll das denn? Was ist jetzt los hier? Wir haben doch schon gewonnen gehabt. Da war doch schon 100% ordentlich. Nee, Overtime läuft da. Wenn's knapp wird, dann geht's immer nur Overtime. Oh Mann. Die Sonn-Fairness hier immer. Ich hab gewinnt gesehen. Haha, ich renne rein mit Toten, weil ich erst da war. Super. Ja, die Runde kriegen sie jetzt auch noch. Wir brauchen irgendwas für einen Explosions-Scheiß. Irgendwas für eine Granate oder irgendwas. Das ist doch unfair jetzt, ey. Ich hab dich im Visier. Aber wir brauchen halt jetzt auch mal Leute, die tanken. Also irgendwie brauchen wir eine Tank-Klasse. Der nach vorne sich rein stellt. Ja, ist der Kacker hier. Ui, 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 ui. War jetzt komplett unnötig, ey. Eigentlich stand da schon mal Prozentwichtermeinung. Ja, gut. Solltest du nicht tot sein. Möchtet den Verteiler aufhören. 5, 4, 3, 2, 9. Ja! 1, 3, 5, 6, 1... Verstand! Achso, da kam es übrigens auch bei mir bei der Maustaste 4 oder so. Hast du solche Seiten-Tasten an der Maus? Muss mal gucken! Alter Alle der Quark muss heilen Oh 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 Alter das kann man nicht Ja der tankt da doch Der ist mega tankig Der killt auch alle erstmal Ja der Gorilla macht eigentlich alle fertig Der Rest ist eigentlich nicht so schlimm Weil die Gorilla macht alles gefutter Der heilt ok Vor allem wenn der Enrage geht Wenn der seinen Crew hat dann kloppt der alles kaputt So das reizt hier ne? Das reizt hier echt jetzt hier Was ist das hier? Alter War der Haut nicht so kaputt? Fuck vorbeigeschossen Oh was war das denn jetzt? Oh Okay Heilt stab mich gut Ja 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 Oh 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 Ich hab Q Ich sehe gerade Alter gegen den Tank habe ich keine Chance Fuck Ich kann ja sagen Unfair Na ich lasse es aber erstmal bei den Soldier Leute was macht ihr Wo seid ihr überhaupt Ich verstehe das nicht Wir sind bei der Seite gewesen eben Warum Weil die alle rauskommen sind Ich bin gleich durch Da geht immer ein Team Geht dahin Ich stehe da als Supporter Und kann nichts machen Und der kann das einnehmen Ein Mann alleine Weil ihr irgendwo rumprimmelt Ja gut wir sind eben alle totgegangen Also wir haben eben auch schon ein paar Leute weggeholt So ist es nicht Das war halt gar nicht so schlecht Sie freuen ja sofort wieder Ist ja Quatsch Also wir haben ihn so aufgehalten Ich muss mal so Ich bin irgendwo lang Ja Spring 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 Nein Verdammt Ist ja ein feiner da ey Das war ja easy für ihn ey Scheiße Eigentlich wollte ich jetzt einen Sieg mitnehmen hier Dreck Ja ich renne rein ey Wir müssen doch mal alle mitkommen Was ist denn los Wieso rennen die Sind die alle in der Mitte Und bewachen den scheiß Punkt Nein wir waren zu dritt Wir waren zu dritt auf dem Platz Okay Mit dir Oh jetzt verlieren wir das auch noch ey Toll Ich hab dich in die Zier Ah Geh halt nichts Das bringt halt nichts Das Problem ist dass wir da wie gesagt keinen haben der da irgendwie Ja super ey Wir hatten halt niemanden der da irgendwie Schaden einstecken kann Nö Kein einziger Waren alles nur Low Level Heinis Und deswegen haben wir auch nicht auf den Sack gekriegt Oh du bist das halt ne Muss doch mal gucken Und vielleicht die Gruppenzahnstellung mal am besten hat Für 3 4 6 Wurde alles abgeschlossener Ja Aber komm hier 5 total Medals hast du gekriegt Ja Bin zum Beispiel schon mal im Hauptscreen mit drin Das ist schon mal wichtig Komm wenns kannst du die auch selber Fahrrad reinmachen Was kann ich machen? Leave game as group Yes Hä was? Ja super Eigentlich Ja geil